Die Maus. Ich frag die Maus, wo ist dein Haus? Die Maus darauf erwidert mir, Sag's nicht, der Katz, so sag ich's dir. Trepp auf, trepp ab. Erst rechts, dann links, dann geradeaus, da ist mein Haus. Du wirst es schon erblicken, die Tür ist klein. Und trittst du ein, vergiss nicht, dich zu bücken.